Nach rechts, rät du, wo du links kommst? Ja, jetzt kommst du langsam heim, ja. Ah, ah. Dann holst du den Holmer rein, du kannst Gaswärts, dann kommt er. Du bist all über Gaswärts, nehme ich an, jetzt fliegst du Richtung Scherli, Richtung Alpen. Du bist sehr hoch, 500 Meter hoch, du kannst runterkommen. Jetzt fliegst du über die Scherli. Jetzt hört man ihn. Er kommt, er kommt, ich sehe ihn. Hier vorne. Nein, das heisse. Das ist ja ein Fogel. Das ist ja ein Fogel. Nein, ein Fogel. Ist der da hinten? Ja, der Richtung Gaswärts. Unter da, schau. Nein, da bist du. Ah ja, da bist du. Ja, da bist du. Gut, dann kommst du raus. Gut, du kannst raus. Gut, du kannst raus, dann kannst du dich bleiben, du bist schon da. Nein, nein, nein. Nach rechts komm, nach rechts komm. Rechts musst du kommen. Komm, rechts. Gut, so ist gut. Gut, jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Nach links, ich habe auf, nach links. Sehr schön. Ja, ich bin schon da hinten dran. Ja, hier hinten dran dran. Ja, hier. Ja, hier, ich bin dran dran. Aber bist du ja auch noch um den Turm, he? Ja, ich schon. Hä? Ist das all drum gewesen? Ja, aber jetzt sehe ich dich nicht. Geht's, Mike? Du hast hier oben dran. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann ja hier mal schauen, ob es passiert. Er trägt einen verdammten Scheistern. Ja, genau da. Er trägt einen Scheistern. Er ist total neben draussen. Er trägt nicht in der Ecke draussen. Jetzt stell ihn noch mal drauf. Kannst du nicht? Das ist das beste Signal. So. Ah, das steht hier. Jetzt hat er es begriffen. Jetzt hat er ihn. Er hat ihn nicht. Er hat ihn nicht. Wie vorher nehmen wir an draussen. Das Beste Signal. Ich habe nicht die Antenne gerade vor. Komm her. Erst brauen. Das Bild ist gut. Komm her. Komm her. Was willst du um den Tor? Er hat ihn nicht fliegen. Hast du noch meine Brauhe, Mike? Ja. Von den Flügern im Griff. Er hat meine Brauhe. Danke. Jetzt sehe ich ihn nicht einmal mit dem Flieger. Ja, gut. Keine Ahnung mehr. Scheisse. Hier die Brauhe. Egal wie gut. Ja, er geht Richtung Turm. Jetzt meldet er schon Signalproblem, oder? Komm her. Wenn ich verstehe. Hallo komme. Hallo, ja. Hallo, ja. Ist es aber nicht die Flügge ein? Ah, na na. Hi, ja. Ah, hier. Das ist schon mal eine Deep-Storm. Ja, das ist nur noch einen Deep-Storm. Nein, nein, nein. Das ist das, was wir hier sehen? Das ist das, was wir hier sehen? Das ist ein Reisegärmchen. Das ist ein Reisegärmchen. Ja, aber ich erfahre dir den ganzen Scheissweg so einfall. Das ist ein Scheissweg. Ja, da kann man jetzt noch vorstellen. Ah, dort wo du bist, dort würfst du mit die Hau. Gell? Ja, dort die Turbulenzen, wie die Säule. Ja, kommen wir an das. Ja. Lassen wir aber etwas flackern. Ja, wir flackern durch, aber es stört mich nicht. Ja, es hat heute die Steuerung getroffen, die wir schon hatten. Das müssen wir nachher mal mit dem Typ 8er noch probieren. Ja. Aber jetzt bin ich dort, in der Gegend. Nein, nein. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Wie weit weg bist du? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das habe ich selbst eingestellt. Ha, 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 ha. Ja, ich bin. Drum um, du bist wieder gesinnt. Ja, ich kann richtig, äh, wie eine König zappen. Nein, 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 nein. Einfach nicht runter, sonst bist du hinter dem Berg. Das ist dein Problem. Ah, nein, nein, ich bin noch nicht dran. Ja, nein, ja. Wie, ich wollte jedes Mal. Ich bin dran am Turm. Jetzt sieht man ihn, ja. Jetzt bin ich noch nach dem Turm. Ja, jetzt fliegst du direkt auf den Turm. Ja, sehr geil. Ja, super. Hey, Hanni, Farbe und Bund. Ich gehe jetzt gleich nichts weg, wegen mehr Dingen, oder? Also, das geht doch alles umherum. Ich gehe dir ein bisschen weiter. Ja, nein, nein. Wenn du jetzt nicht darum herum gehst, ist gut. Du willst ja nicht in den Turm hineinfliegen, oder? Aber jetzt gehst du zu weit, äh... Jetzt komme ich zurück dann wieder. Ja, aber kommst du hier zurück? Ja, ja. Ja, dann gehst du nicht darum herum. Dann gehst du auf die andere Seite. Ja, ja. Hey, komm ein Berserchen zurück. Ja. Ja, ja. Sehst du es auch bei meinem Kompass, Mike? Ich sehe nichts. Die Rätung sieht es. Ja, siehst du es? Ja, jetzt kann ich mit dem König. Schau, sonst muss ich noch irgendwie im Turm. Ich bin schnell drühen. Ja, ja. Ja, schau, der Turm. Hier ist wirklich fast drin. Ja, sag ich ja. Ja, das ist wirklich cool. Ja, das ist wirklich cool. Ja, das wäre jetzt auch cool, einfach mal herzustehen und mal schauen, wie das ist. Ja, da bin ich auch so richtig nach diesem Turm zu sein. Das kann ich sagen. Ich habe keine Frage. Ich habe einen Kompass, Mike. Ja. Jetzt gehen wir noch ein bisschen gegen rechts. So. No. Ich fliege einfach gleich aus. Einigermassen. Jetzt noch ein bisschen gegen rechts. So. Jetzt soll es wirklich auf uns zu kommen. Ja, aber ich habe keine Farbe mehr. Spring? Ja, du hättest Spring, aber total, du musst... Nein, der andere Weg, so ist gut. So soll es die Ender kommen. Das ist zu weit. So, noch ein bisschen runter. Ja, nicht so viel. So solltest du es wieder haben, das Bild. Ja, jetzt sehe ich Männisdorf, glaube ich. Da unten ist Gassel, jetzt komme ich über Gassel. Ja, genau, das ist Gassel. Hältst du mal einen anderen Propeller, wo unsichtbar wird? Durchsichtiger. Transparenti. Und wo häkeln wir armen Schweine? Ich muss eine Bequenzmodulation in die Kameratur. Ich hoffe, es ist ein bisschen mit Regeln. Ja, genau. Das Bild ist super, ja. Also jetzt? Jetzt hat er ihn nicht noch. Jetzt hat er ihn eben draussen. Das ist für ihn auch eine gute Position. Ja, das finden wir auch so. Da kommt schon schön. Da bist du auch schon mal abgestürzt. Da, wo ich bin. Ja, ja. Das ist der neben dem Häuschen, gell? Ja, das ist der Extert. Der, wo er selber gelandet ist. Ja. Da darf man jetzt. Ja, also das sieht man. Ja. Ja. Jetzt komme ich zum Feld da, he? Ja. So fliegst du theoretisch genau auf uns zu fliegen. Sie sehen noch mal unsere Fahrzeuge noch nicht. Wo, wo. Ja, wo. Das sieht man bei den Baum. Ja, gut. Ja, gut. Da darf man jetzt weg. Dann kann ich das auch noch landen, gell? Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Bist du noch hoch? Nein. Ah, ich sehe ihn. Der sieht, gell? Ja, ja. Jetzt. Ah ja, kommt er. Boi. Jetzt hab ich gedacht. Nein, einfach auf der Seite. Kommt er. Ja, ja. Das ist ein ziemlich aerodynamisches Bild, gell? Gell, Äcki? Guck, kannst du mich noch ein bisschen fühlen, Mike? Ja, wenn du willst, kann ich dann schnell übernommen. Ja, ich möchte gerne runterkommen. Jetzt kann ich da zum Burst. Sag mir dann, ich kann rein, ich kann rein drehen. Ja, schnell kannst du mir dann schon schnell gehen. Ja, ich möchte schon gerne landen mit dem Ding. Also jetzt kannst du, du bist noch viel zu hoch. Ja, so unter bin ich schnell. Also das... Bin ich weit weg? Ja, 100 Meter. Hinten uns? Ja. Jetzt fliege ich schon drüber über uns wieder. Ja. Das ist nicht, da muss ich weiter weg. Ist so. Jetzt gehe ich über den Wald, oder? Ist das richtig? Ja, richtig. Ja, richtig. Ja, richtig. Da muss ich nicht hoch kommen. Jetzt kann ich jetzt um... Ja, die Höhe ist nicht schlecht, wenn du dann runterkommst. Ja, jetzt bist du bei uns. Jetzt bin ich hinter der Strasse da. Ja, jetzt bist du fürchterlich höher. Das macht nichts. Ja, jetzt gehst du nicht mehr. Ich würde sagen, wenn ich kommen kann. Jetzt gehst du hinter dem Wald durch. Ja. Gut, jetzt komme ich. Also. Was sind wir? Voll geradeaus, so. Voll geradeaus, aber du musst wegen dem Auto nicht zu tief. Ja, absolut. Sehst du das Auto? Ja. Jetzt kommst du hinter dem Baum dort rein. Ist gut so. Ja, nicht... Ja, so ist es gut. Nicht zu tief, jetzt wegen der Strasse. Ja, egal welcher Karten nicht der Plan. Höhe behalten. Höhe behalten. Höhe behalten. Höhe behalten. Höhe behalten. Höhe behalten. Ja, jetzt mach ich nicht an. Nein, ist gut. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Jetzt kannst du landen. Super. Schön. 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 Du kannst ja hier auf einmal schauen, ob es vertilte. Du meinst. Er trägt verdammte Scheisse. Ja, ja, genau da. Er trägt der Scheisse. Ja, genau da. Er trägt der Scheisse. Ja, genau da. Er trägt der Scheisse. Ja, genau da. Er trägt nicht in der Mecke. Jetzt noch mal drauf. Kannst du nicht? Das beste Signal. So. Ah, das steht bei. Jetzt hat er es begriffen. Jetzt hat er ihn. Nein, hat er ihn nicht. Ja, nein. Wie vorher. Wir nehmen den Rand aus. Das beste Signal. Nicht an den Annengraten vor. Das ist ein selben Bebau. Wie ist es bei der Uwe? Ja, das ist bei der Uwe. Ja, das ist gut. Also, komm mal. Komm mal. Was willst du um den Turm? Ja, willst du auch fliegen? Hast du noch meine Brauhe noch, Mike? Ja. Von den Flügern im Griff? Ja. Er hat meine Brauhe. Danke. Aha, jetzt sehe ich ihn nicht einmal mit den Flügern. Ja, gut. Keine Ahnung mehr. Scheisse. Hier die Brauhe, egal wie gut. Ja, er geht Richtung Turm. Jetzt meldet er schon Signalproblem, oder? Jetzt geht es an. Komm her. Hallo. 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 Der Flügger hat nicht mehr. Na, nein, nein. Na, hier ist er. Der ist immer noch mehr Deepstorm. Ja, der wird nicht mehr Deepstorm hinter dir. Ja. mit der Blüge der Tass auf der Leiste. Ja, aber ich habe beide den ganzen Scheissweg so eingebaut, jetzt ist es ganz einfach zu eng. Ja, da kann man jetzt noch vorstellen. Ah, dort wo du bist, dort würf ich jetzt so gut wie zaubein. Gell? Ja, dort die Turbulenzen wie zaubein. Gell, kommen wir an dich. Ja, das flammert, das flammert. Ja, ich flammert durch, aber es stört mich nicht. Ja, es hat heute die Steuerung getroffen, die wir schon hatten. Dann müssen wir noch mal mit dem Typachter noch probieren. Ja. Ja. Aber jetzt bin ich dort, in der Gegend. Das ist gut wie... Ja. Über das hingerende Tor? Nein, nein. Wohl. Nein. Aber der ganze Tor... Wie bin ich jetzt? Wie weit weg bist du? Wie weit weg bist du? Ich bin jetzt links rüber. Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt links rüber. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte einfach nicht, dass der Tor meint. Du, der trägt ja wirklich. Ich habe keine Ahnung. Nein, nein. Das habe ich selbst eingestellt. Jetzt bin ich auch mit dem Tor. Ja, ich bin... Drum um. Du bist wieder geschehen. Ich kann richtig, wie ein König zappen. Ja. Einfach nicht runter, sonst bist du hinter dem Berg. Nein. Das ist das Problem. Ich kenne das. Ja, das... Das ist ein Problem. Ah, nein. Ich bin noch nicht dran. Ja, nein. Ja, ja. Ich bin dran im Tor. Jetzt sieht man ihn. Jetzt bin ich nach dem Tor. Ja, jetzt fliegt er direkt auf den Tor. Ja, super geil. Ja, super. Ich habe die Farbe und Bund. Ich gehe jetzt gleich nichts weg wegen dem Ding, oder? Also, das gilt auch alles rumrum. Ich gehe dir mal sie wissen. Ja, nein, nein. Du bist nicht da rumrumrum. Das ist gut. Du willst ja nicht gleich in den Tor hineinbleiben, oder? Das ist ein bisschen sehr gut. Ja, jetzt gehe ich zu weit... Ja, jetzt komme ich zurück dann wieder. Ja, aber kommst du hier durch zurück? Ja, ja. Dann gehe ich nicht drum herum. Dann gehe ich auf die andere Seite. Nein. Nein, ich komme über den Schärchen zurück. Ja. Ja. Sehst du es auch bei meinem Kompass, Mike? Ich sehe nichts. Die Rätung sieht es. Ja, siehst du es. Ja, das kann ich mit dem König. Sonst kann ich plötzlich noch irgendwie im Tor. Ich bin schnell drühen. Ja, ja. Ja, ich bin noch nicht mehr. Schau. Schau. Schau, der Tor. Hier hangen wir wirklich noch mal fast drin. Ja, das hat ja. Ja, das hat ja. Schau. 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 Das wäre jetzt auch noch cool, jetzt mal herzustehen. Mal schauen, wie das ist cool. Ich bin auch so richtig nach dem Tor. Das kann ich dir sagen. Schau. 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 Ich bin jetzt noch gegen rechts. So. No. Fliegen einfach gleich aus. Einigermassen. Jetzt noch gegen rechts. So. Jetzt soll es wirklich auf uns zukommen. Ja, aber ich habe keine Farbe mehr. Spring? Ja, du hättest Spring, aber total, du musst... Nein, der andere Weg, so ist gut. So soll es die Ender kommen. Das ist zu weit. So, noch ein bisschen runter. Ja, nicht so viel. So solltest du es wieder haben, das Bild. Ja, jetzt sehe ich Männisdorf, glaube ich. So wie über Gassel. Ja, genau, das ist Gassel. Halt mal einen anderen Propeller. Einen, der unsichtbar ist. Durchsichtiger. Transparenti. Und wo hütteln wir armen Schweine? Ich muss eine Klemmmodulation in die Kameratur. Ich hoffe, es ist ein bisschen mit Regeln. Ja, genau. Das Bild ist super, ja. Also jetzt? Jetzt hat er ihn nicht noch. Jetzt hat er ihn eben draussen. Das ist für ihn auch eine gute Position. Ja, das finden wir auch so. Aber da bist du auch schon mal abgestürzt. Ja, wo ich bin. Ja, ja. Das ist der neben dem Häuschen, oder? Ja. Der, der, der selber gelandet ist. Ja. Da darf man jetzt. Ja, also das sieht man. Ja. Ja. Jetzt komme ich zum Feld da. Ja. So fliegst du theoretisch genau auf uns zu fliegen. Sie sehen noch mal unsere Fahrzeuge noch nicht. Ja, wo, wo. Ja, wo. Ja, wo. Ja, wo. Ja, wo. Ja, wo. Ja, wo, wird dann das? Das darf man jetzt fangen an. Dann kann ich so landen, oder? Ja. Jetzt kannst du gleich einen Krei hineinkommen. Ja, super... Das ist wirklich so, weil ich es beprächelt wird. Die kommen dann gleich noch schnell, mit 80 hier. Bist du noch hoch? Nein. Ah, ich sehe ihn. Der sieht gleich aus. Ah ja, kommt er. Boi. Jetzt sind wir da. Nein, einfach auf der Seite. Kommt er. Das ist ein ziemlich aerodynamisches Bild. So, kannst du mich ein bisschen führen, Mike? Ja, wenn du willst, kann ich ihn schnell übernehmen. Ja, ich möchte gerne runterkommen. Sag mir, ich kann rein, ich kann rein drehen. Ja, schnell kannst du mir schon schnell gehen. Ich möchte schon gerne landen mit dem Ding. Du bist schon viel zu hoch. Ja, so unten bin ich schnell. Bin ich weit weg? Ja, 100 Meter. Hinter uns? Ja. Jetzt fliege ich schon drüber, über uns. Ja. Da ist nichts, da muss ich weiter weg. Das ist so. Jetzt gehe ich über den Wald, oder? Das ist ehrlich über den Wald. Ist das richtig? Ja, richtig. Da muss ich ein bisschen höher kommen. Ja, die Höhe ist nicht schlecht, wenn du dann runterkommst. Ja, jetzt bist du im Base. Jetzt bin ich hängiger der Strasse da. Das ist ein bürgerlicher Höhe. Das macht nichts. Ja, jetzt gehst du nicht rein. Ich wollte dir sagen, wenn ich kommen kann. Jetzt gehst du neben dem Wald durch. Gut, jetzt komme ich. Also. Da sind wir. Voll geradeaus, so. Voll geradeaus, aber du musst dir das Auto nicht zu tief. Sehst du das Auto? Ja. Jetzt kommst du hinter dem Baum dort hinein. Ist das gut so? Ja, nicht. Ja, so ist es gut. Nicht zu tief, jetzt wegen der Strasse. Egal welcher, nicht der Plan. Höhe behalten. Höhe behalten. Höhe behalten. Höhe behalten. Ach, okay. Na ja, jetzt ist es gut. Jetzt kannst du Landen. Super, schön. Kannst du Land Place rein? Kein Applaus